Sonys nächste Kamera wurde angeteasert, es gibt eine neue Messsucherkamera mit Vollformat-Sensor und nach dem Micro Four Thirds System versucht Panasonic jetzt auch noch die Bridge-Kameras wieder zu beleben. Na, schauen wir uns das mal genauer an. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fotografix News, eurem wöchentlichen News-Round-Up mit allen wichtigen Nachrichten aus der Welt der Digitalkameras, Objektiven und allem mehr. Mein Name ist Benjamin Lux und ich will an dieser Stelle noch ganz kurz eine kleine Ankündigung einschieben, denn am Sonntag nach dieser Ausgabe, also am 7. Juli, erscheint ein erster Kamerabericht hier auf dem YouTube-Kanal von Fotografix, denn ich habe vor einigen Wochen die Sony A9 III mit globalem Verschluss ausprobieren können und hätte dabei ein paar Eindrücke und Impressionen, von denen ich euch gerne erzählen wollte. Wollt ihr das Video nicht verpassen, dann abonniert den YouTube-Kanal einfach und dann gibt es mit aktivierter Glocke am Sonntag direkt eine Benachrichtigung. Vielleicht schaffen wir es dann ja auch auf die 1.000 Abos. Was ihr ebenfalls nicht verpassen solltet, wenn ihr eine Canon-Vollformat-Kamera nutzt, der Sofortrabatt für RF-Objektive bei Fotokoch. Euer und unser Partner für Fotografie und Videografie unterstützt nämlich auch diese Folge und bis zum 13. Juli gibt es 250 Euro Rabatt beim Kauf ausgewählter RF-Objektive der L-Serie. Die Aktion lässt sich mit anderen Canon-Aktionen bei Fotokoch kombinieren. Alle Infos gibt es wie immer über den Link in unseren Shownotes. Am 10. Juli wird Sony eine neue Kamera vorstellen. Wie letzte Woche bereits vermutet, würde es sich dabei um die ZV-E10 Mark II handeln, also um eine günstige Vlogging-Kamera im Kompakt-Kamera-Stil. Während ich letzte Woche ein wenig spekuliert habe, ob die Kamera auch tatsächlich kommt, veröffentlichte Sony inzwischen ein offizielles Teaser-Bild. Hierzulande stattfinden wir die Präsentation voraussichtlich um 16 Uhr und der Seite Sony Alpha Rumors wurden inzwischen auch schon erste Spezifikationen zugespielt. Angeblich kommt die ZV-E10 II ohne elektronischen Sucher, kommt ohne mechanischen Verschluss aus und auch ein Fünf-Achsen-Bildstabilisator sowie ein KI-Chip für einen präziseren Autofokus sucht man in der Kamera vergeblich. Auf der Haben-Seite stehen dann zumindest laut Gerüchten aktuell der 26-Megapixel-Sensor aus der Sony Alpha 6700, 4K-Videoaufnahmen bei 10-Bit und 422-Farb-Unterabtastung mit 120 Bildern pro Sekunde, Lotsupport in der Kamera und ein starker elektronischer Bildstabilisator. Preislich soll sich die Kamera auf einen Bereich zwischen 1200 und 1300 Euro einpendeln, ist die Frage, ob Vlogging-Fans dann vielleicht eher zur Alpha 6700 greifen sollten, die nach einem relativ milden Preisverfall aktuell für 1500 Euro im Netz zu finden ist. All das wird sich also am 10. Juli klären, in der nächsten Ausgabe von Fotografics News wissen wir also mehr. Habt ihr mit dem Kauf einer neuen Kamera noch gewartet, bis endlich eine digitale Messsucherkamera mit internem Speicher, Vollformatsensor und Preisen ab ungefähr 4000 Euro erscheint? Na perfekt, dann solltet ihr euch auf die Pixi Max freuen. Pixi ist ein recht nischiger Kamerahersteller aus Frankreich, der bereits eine gleichnamige Messsucherkamera mit APS-C-Sensor auf den Markt gebracht hat. Da diese trotz Preisen ab 2699 Euro noch deutlich günstiger ist als die beliebten Leica-Kameras mit Messsucher, hat sich die Pixi als Baby Leica einen Namen gemacht. Und jetzt gibt es mit der Pixi Max auch endlich eine Vollformat-Version, die wieder mit Leicas M-Mount ausgestattet ist. Der Sensor löst mit 24,5 Megapixeln auf und verfügt über einen Native Monochrome-Modus, bei dem RAW-Dateien in schwarz-weiß gespeichert werden können. Pixi hat zudem den Weitwinkelsucher überarbeitet, der Bildungsparameter anzeigen kann und mit dem ihr jetzt Rahmenlinien für 28, 35 und 50 mm Objektive einblenden könnt. Die Vergrößerung wird dabei mit 0,67-fach angegeben und wie bei Messsucherkameras so üblich, schaut ihr durch den Sucher oben links am Objektiv vorbei. Einen digitalen Sucher oder gar einen Bildschirm sucht ihr bei der Pixi vergeblich. Der Hersteller verzichtet bewusst drauf, wenn ihr eure Fotos also schnell mal anschauen wollt, dann müsst ihr ein Smartphone mit der Kamera verbinden. Einen Autofokus gibt es ja ebenfalls nicht und jetzt wird es ein wenig kurios. Auch keinen Steckplatz für SD-Speicherkarten oder irgendwelche anderen Speicherkarten, denn die Pixi Max kommt wieder mit einem strikten internen Speicher und auf den gehe ich gleich bei den Preisen nochmal ein bisschen genauer ein. Denn besonders spannend und löblich finde ich, dass Besitzer mit einer APS-C Pixi ihre aktuelle Kamera auf die neuen Funktionen upgraden können. Dafür bietet der Hersteller einen Service an, bei dem der Sensor und der Sucher ausgetauscht werden. Da Pixi beim neuen Max-Modell dasselbe Gehäuse nutzt, müsst ihr dabei wohl keine Abstriche machen. Einen Preis kennen wir hier leider noch nicht. Ich persönlich finde die Idee aber wirklich klasse, denn so spart man Kosten und vor allem ein bisschen Elektroschrott ein. Apropos Kosten, die Pixi soll ab September ausgeliefert werden. Vorbestellen könnt ihr sie bereits ab dem Tag, an dem diese Folge hier erscheint. Für die Variante mit 32 GB Intemp-Speicher zahlt man 3.999 Euro. Für 128 GB werden dann 4.249 Euro fällig. Eine Sache noch, möglicherweise ist hier die Mehrwertsteuer noch nicht eingerichtet, wissen wir noch nicht genau. Nun, im Juli werden wir mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei neue Kameras von Canon sehen. Die EOS R1, über die wir schon gesprochen haben und auch die EOS R5 Mark II, war schon oft bei Fotografics News Thema. Und weil Canon da ja gerade sowieso in aller Munde ist, gibt es jetzt auch erste Infos zu EOS R6 Mark III. Die Seite Canon Rumors will nämlich erfahren haben, dass Canon die Präsentation eventuell für Ende 2024 plant. Und auch, dass dabei der Sensor der EOS R3 zum Einsatz kommen soll, also ein Stacked-Sensor mit 24 Megapixeln. Durch diesen soll die EOS R6 Mark III einen ordentlichen Sprung bei der Serienbildgeschwindigkeit machen. Gut möglich also, dass Canon auch einen Steckplatz für CFexpress Typ B-Karten einbaut. Mit Canon also der neuen Strategie von Nikon folgen und die Kamera eher auf Hybrid- und Sport-Trimm, erfahren wir vielleicht noch dieses Jahr. Spannend, oder? Findet ihr nicht auch? Lasst uns noch einen Moment bei Nikon bleiben, denn der Hersteller hat in Asien eine neue Kamera registrieren lassen. Somit gibt es jetzt zwei neue Modelle, die zwar registriert sind, aber noch nicht offiziell vorgestellt wurden. Und um was es sich dabei genau handeln wird, das wissen wir aktuell auch leider noch nicht. Möglich wären aber die Z7 III, die Z5 II oder auch eine ganz neue APS-C Kamera. In seiner News führt Marc noch ein bisschen ausführlicher aus, warum diese drei Modelle in Frage kommen. Und da ich mich bei der Pixie-Kamera gerade ein wenig verquatscht habe und die Folge kurz halten will, leite ich euch mal an dieser Stelle über den Link in den Shownotes auf die ausführlichen News weiter. Denn als letzte Nachricht will ich euch noch von einer neuen Panasonic-Vorstellung erzählen. Denn mit der FZ-82D versucht Panasonic wohl die Kategorie der Bridge-Kameras wiederzubeleben. Die Kamera erscheint dabei als Nachfolgerin, in Anführungszeichen, der sieben Jahre alten FZ-82. Und im Kern gibt es dabei genau drei Neuerungen. Einen neuen elektronischen Sucher, der auf OLED basiert und eine 0,7-vierfache Vergrößerung bietet. Dabei sollen 2,36 Millionen Bildpunkte zum Einsatz kommen. Ein neues Display gibt es auch, das jetzt drei Zoll misst und mit 1,84 Millionen Bildpunkten bietet. Ein Touchscreen ist es auch. Und USB-C, also der Anschluss ist jetzt nicht mehr Micro-USB, sondern USB-C. Was gleich bleibt, sind also der 1 zu 2,3 Zoll große Sensor mit 18 Megapixeln. Eine Brennweite von 20 bis 1200 Millimetern, Äquivalent zu Kleinbild. Und Seriengeschwindigkeiten von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bildern pro Sekunde bei AF-Nachführung. Darüber hinaus, hey, Moment, warum wollt ihr jetzt schon alle abschalten? Ihr meint, Bridge-Kameras interessieren niemanden mehr und der Markt ist tot? Aber Panasonic und die hat auch jetzt, die kostet nur 479 Euro und die hat jetzt auch endlich USB-C. Ja gut, okay, ist ja gut. Dann wollen wir diese Ausgabe von Fotografx News mal beenden. Ich wünsche euch was, bedanke mich herzlich, ganz, ganz herzlich fürs Zuhören und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Für alle echten Fans, die jetzt aktuell noch zuhören und bis zum Ende der Folge schauen. Nach der nächsten Folge gibt es zwei Wochen Pause, denn ich bin endlich im Urlaub. Es geht nach Italien und das habe ich mir, glaube ich, auch langsamer verdient. Aber dazu nächste Woche mehr. Auf Wiederhören und bis nächste Woche. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020